Und damit ein herzliches Willkommen zu einem Tutorial von Trackmania. Ihr habt ja lange drauf gewartet, ich habe sehr viele Nachrichten bekommen, wann kommt denn endlich das nächste Tutorial. Ja, irgendwie hatte ich keinen Bock drauf, aber jetzt ist es soweit, endlich mal wieder ein bisschen Trackmania zu zocken. Und dann dachte ich mir, ja, mache ich auch gleich sofort das Tutorial. Und zwar beschäftigen wir uns mit einem GPS. Ich habe vorher schon mal was vorbereitet und zwar wird das hier ein GPS, wo man einfach nach vorne fahren muss. Und, ähm, ja, um es so zu aktivieren, ich zeige danach nochmal, wie man dann halt ein anderes, äh, ja, GPS erstellt, was dann zeitverbindlich aktiviert wird. So, erstmal müssen wir mal wieder standardmäßig in Mediatracker hinein. So, hier habe ich schon den Text vorbereitet, da GPS Forward. Wupp, irgendwann verschwindet er. Ja, das ist sehr wenig Arbeit, äh, die hier verbunden ist, weil man hier einfach ja den Text erscheinen lässt und wieder wegfließen lässt. Da muss man nicht zeitbedingt irgendwas einstellen. So, und jetzt zeige ich euch erstmal, wie man halt, ja, so eine, so ein Ghost aufnimmt, der dann auch wirklich die Fahrt widerspiegelt. So, erstmal machen wir dann hier einen neuen Clip und setzen den Trigger dahin, wo wir halt unser Punkt haben wollen. Sagen wir jetzt hier, so. Mal hier das hier nochmal nach oben, vorsichtshalber. So, wenn wir da hineinkommen, dann aktivieren wir da GPS. So, jetzt gehen wir hier hinein, sagen, erstmal, ähm, nee, Quatsch, brauchen wir noch gar nicht. So, hier gehen wir auf Rack. Wenn er es jetzt mal machen würde. Hä? Moment, einen Moment. Ghost-Bedingung. Will doch jetzt einen Ghost aufnehmen. Und einen Ghost kann man noch aufnehmen, indem man hier drauf klickt. Ah, ja, meine ich doch. Gut. Ähm, jetzt müssen wir diesen Ghost erstmal fahren. Ich hoffe, ich habe ihn hier eingestellt. Ist gar nicht angeschlossen, mein, mein, äh. Wie chaotisch das hier gerade zugeht. Ich wollte eigentlich ein ganz normales Tutorial machen und jetzt ist der Vorzeigeffekt da. Jetzt funktioniert gar nichts mehr. Und das nur, weil ich nichts eingesteckt habe, da wo es sein sollte. So. Okay. Aktivier dich. Nein. Diesen Ghost nicht verwenden. Nochmal. So. Also. Ich kann nicht lenken, doch jetzt. Jetzt fahren wir erstmal ganz normal diesen... Fängt ja gut an. Nochmal Neustart. Also, wir fahren jetzt erstmal ganz normal diesen Ghost. Zu Ende. Dann seht ihr auch nochmal die Strecke. Habe ich zwar schon mal gezeigt, aber... Das ist jetzt egal für die, die es noch nicht gesehen haben. Ich versaue hier gerade irgendwie alles. Ich mache das nochmal. Huah. So. Einer. Oh, vorbei. Links lenken. So. Geht doch. Huah. 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 Kontrollverlust. Geringer. Kontrollverlust. Äh. Durch. Rein. Huah. Und dann. Hier rüber. Ja, irgendwie hat das nicht so funktioniert. Egal. Das ist jetzt unsere Aufnahme. Jetzt sagen wir Escape. Dann sagen wir Ghost verwenden. Jupp. Jetzt haben wir den Ghost hier. Jetzt gehen wir auf. Ja. Kamerafahrt reicht völlig. Kamerafahrt. Nicht Pfad mit PF, sondern mit F. A. Fahrt. Und sagen... Interno. Und... Caliculum. Das ist nämlich der Ghost hier. Der heißt so dann. Oh, ganz... So, jetzt... Ähm... Wenn wir da reinfahren. Wir können das jetzt mal eben testen. Ja, ja, ja. Ultimate. Test. Nenne ich das jetzt einfach mal. Testen das jetzt. GPS Forward. Wird angezeigt. Wir fahren jetzt einfach geradeaus. Und zack. Aktiviert sich sofort. Ja, okay. Das ist jetzt eine doofe Kameraeinstellung. Die kann man aber natürlich noch ändern. Das ist ja kein Problem. Da könnt ihr auch beliebig andere Kameraperspektiven nutzen. Aber macht daraus kein Intro oder sonst derartig. Also ich meinte, benutzt keine verschiedenen Kameraperspektiven während eines GPS. Eine statische Kamera reicht vollkommen aus. Weil man will ja nur die Strecke zeigen. Und nicht ein ganz komplettes neues Video drehen. Ach ja, nicht vergessen hier die Kamerafahrt durchzuziehen. Oder sie ist sofort auf Endlos. Aber das ist ja egal. So, und hinten, da die Kamera ja auf Endlos ist, was eigentlich auch so besser ist, müssen wir jetzt, oder tun wir da jetzt hier einfach mal noch eine Überblendung rein. Aber andersrum, dass die Deckkraft hier am Anfang runter geht. Äh, genau. Ja. Und dann hier schwarz wird. Mir ist ganz schwarz vor Augen. Nee. Oh, haben wir auch auf Endlos. Jetzt sieht man hier, wupp, wird da schwarz und dann ist hier nichts mehr. Und jetzt sagen wir noch einen Text einfügen. Und zwar, press Enter. Weil man ja nicht mehr aus diesem Menü rauskommt. So. Ziehen wir das da hin und dann sieht das Ganze so aus. Wenn wir dann das Ende dieses Rennen erreicht haben. So, press Enter. Wenn wir dann Enter drücken würden, dann fängt das Rennen neu an und dann kann man das Rennen so normal fahren. Ja, ist gut jetzt. Ähm. Das ist zum Beispiel eine Methode. Man kann aber auch den Ghost behalten wir jetzt erstmal. Den Rest löschen wir wieder. Kann man faktisch eigentlich auch behalten. Ähm. Jetzt wollen wir mal einen Countdown reinpacken. Auch, ist ja auch in Ordnung. Falls man keinen Platz hat oder so, um geradeaus ein GPS zu bauen oder dann nach hinten oder sonst derartiges. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wo ein GPS hinsetzt. Aber jetzt nehmen wir mal eine klassische Version und zwar der Countdown. Jetzt machen wir erstmal drei Textfelder. Zwei und drei. Sagen dann beim ersten und oder GPS. Setzen wir das da oben. Sagen schwarze Schrift, damit man es lesen kann. Äh. Ach ja. Dann müssen wir noch ein Textfeld zusetzen. Weil einmal für das GPS. Jetzt setzen wir hier ein 1 ein. Und die 2. So, die 2 habe ich gesagt. Und die 3. Das heißt, drei Sekunden aktiviert sich das GPS. Jetzt momentan sind die Zahlen ja ziemlich drüber übereinander. Deshalb müssen wir das jetzt ganz einfach verschieben. Wir haben hier unser GPS. Das ist dort in der Ecke. Dann setzen wir jetzt unser... Ach. Immer dieses F1 Entry. Ich hasse es. Wie die Pest. So. Erstmal nicht vergessen. Endlos ausstellen. Ähm. Aber nur beim GPS hier. Also beim Countdown GPS. Ach. Ich habe was vergessen. Die Doppelpunkte. So. Natürlich kann man das jetzt noch schöner machen. Indem man hier zum Beispiel Dollarzeichen O eingibt. Dann hat man nämlich so ein fettes GPS. Machen wir auch mal die 1 so. So. Setzen das hier daneben. Ich bin doof. Man zählt ja eigentlich andersrum. Also 3, 2, 1. So. 3. Jetzt müssen wir auch nochmal ein O vorpacken, damit es gut aussieht. Oh. 3. So. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass das hier auch ein Abstand von... Na. Jetzt müssen wir mal gucken, dass das hier auch ein Abstand von... Ähm. Ja. 1 Sekunde ist. Aber das können wir ja ganz einfach machen. Erstmal wieder endlos hier ausstellen, ne. Nicht vergessen. So. Wir haben hier 1,69. Jetzt gehen wir auf 2,69. Was ist es dann? Ähm. Naja. Man kann es ja zum Glück hier einstellen. 69. Ist dann dort. Dann ziehen wir das Ganze. Hat ja echt viel gebracht, ne. 69. So. 2,69. Jetzt packen wir dahinter dann sofort die 2 hin. Also wir übernehmen jetzt die Infos hiervon, indem wir jetzt den vorderen Trigger anklicken, STRG gedrückt halten und einfach hier, wo die 3 ist, jetzt draufklicken. Dann haben wir genau die gleichen Daten übernommen. Also den Standort, wo es ist, mit welchem Winkel. Und falls ihr eine Rotation einbauen wollt, dann hat es genau die gleiche Rotation. Nur der Text, der ist halt der gleiche geblieben. Und jetzt seht ihr sofort 3, 2 und ja, da fetzt die 2 erstmal weg. Dann müssen wir jetzt, so, wieder hin platzieren. Jetzt müssen wir wieder erstmal auf 3,67 packen. So. Wenn ich die 3,67 packen, geht doch. Und dann das gleiche Spiel nochmal hier. Links klick, STRG bei 2 oder bei diesem Trigger hier halt. Damit wir die 1 hier drin haben. Und wieder 3,65. Das wird dann 3, nein, 4,65. Klar. Ist ja spät. Ich darf Fehler machen, so. Na, kommst du wohl? So. Nein! Nein! Ich hatte es doch gerade. Äh. So. Muss mal ein bisschen rumfixen. Und natürlich nicht vergessen, STRG. Also mit STRG kopiert ihr ja die gleichen Daten nochmal von dem anderen, indem ihr STRG gedrückt haltet und den Trigger dann anklickt. So. Jetzt haben wir, ach ja, wieder nicht vergessen, ich sehe das jetzt schon, endlos ausstellen. Sonst habt ihr die ganze Zeit diese Zahlen dort stehen und das will keiner. So, jetzt haben wir hier den Counter. GPS 3, 2, 1. GPS 3, 2, 1. GPS, dass wir hier durchzählen. Äh. 3, 2, 1. Die Zahlen könnt ihr dann auch mit Effekten versehen, dass die zum Beispiel erst so die Deckung leicht haben und dass die dann so rausspringen oder dass so mehrere Zahlen hintereinander, das würde so eine Schattenreihenfolge entstehen oder sonst was. Es gibt tausende Möglichkeiten, womit man auch richtig coole Effekte machen kann. Aber ich will die jetzt hier nicht zeigen, weil das wird zu viel in Anspruch nehmen und das habe ich schon in den anderen Tutorials bereut, weil ich ja die ganze Zeit höre, du zeigst dort zwei Sachen und brauchst dafür 15 Minuten. Ja, ich versuche halt immer so genau zu zeigen, wie sowas abläuft und wenn ich dann halt Fehler mache, dann muss ich das korrigieren und wenn mir was nicht passt, muss ich das auch korrigieren, so nach meinen Ermessen, ja, also, sorry dafür, ich mache jetzt hier weiter, so. Also, wir haben jetzt hier GPS, 3, 2, 1 und danach sagen wir, machen wir das GPS mal etwas länger und sagen dann hier, Activate. Setzen wir da nochmal einen Text ein, Activate. So. Und wieder der Trick, wir gehen da drauf. Na, müssen wir es anklicken, gehen dann da drauf. Er übernimmt es nicht, warum übernimmst du das nicht? Weil er das jetzt hier, nein, hat er nicht. Egal. So. Aktivate. Wie habe ich denn Activate geschrieben? Ah, Denglish, du bist mein Feind. Weil das hier ja auch, äh, äh, nicht nur deutsche, äh, Spieler spielen, sondern auch englische Spieler solltet ihr auch immer wirklich Englisch schreiben, auch wenn euch das nicht gut kommt. Also, wenn ihr Englisch nicht mögt. So, Activate. Da, 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 3, 2, 1, Activate. So, jetzt, aber nur jetzt, packen wir jetzt den Ghost hier hin, bei Activate, da wo er anfängt. Und natürlich die Kameraführung, weil wir wollen ihn nicht sofort aktiviert haben. Das heißt, hier ist wirklich nur der Text. Das heißt, währenddessen könnten wir eigentlich schon munter losfahren. So, jetzt, mach ich hier nochmal eine kleine Überblendung hin, damit das so darauf zuweist, dass dann die Kamerafahrt so anspringt. Also, hier wieder Überblendung, wo haben wir es? Überblenden. Dass es immer andersrum ist. Schwarz. So. Das kann man jetzt auch in weiß machen oder sonst was. Und damit ein Kameraeffekt kann man auch einfach in den Wagen reinzoomen und da fängt auch an. Das hab ich auch schon gemacht. Aber, das will ich Ihnen nicht zeigen. Ich zeig euch jetzt die schnellsten Versionen. So. Habt ihr davon. Puh. Ne. Oh. Hup. Ach. Sieht kacke aus. Mach das mal so. Und nicht vergessen, endlos Schleife immer wegmachen. Der macht das gerne dann. Das ist ingame. So ne. So ne. So ne Schleife macht der halt da ingame gerne. Ich hab ne Idee. Ich mach mal hier noch einen Trigger hinein. Ja. Steuerpunkt einsetzen. Und sag. Hier ist die Deckung voll. Und hier geht sie weg. So. Das heißt. Dann haben wir diesen komischen Übergang hier. Zack. So einen schönen. Äh. Ne. So. Ja. Klein aber fein. So. Jetzt kommt das nächste. Wenn wir jetzt hier weiterfahren würden. Ich zeig das mal kurz. Ja ja. Tutorial und so weiter. So. Wenn wir hier jetzt weiterfahren. Dann kommt GPS forward. Weil wir vergessen haben den Clip zu. Ach. Fuh. Erstellen. Also nochmal. Das hier. Können wir jetzt entfernen. Und hier. Können wir den Trigger hier vorne hinsetzen. Ach ja. Der V4 Effekt. Ähm. GPS immer schön auf Ziel packen. Nicht woanders. Nicht davor oder dahinter. Das wird nur beirren. Weil man will ja sofort am Start dann sehen. Wie die Strecke gefahren wird. Und da. Gibt es. Ja. Also. Bei diesem Counter. Nicht bei dem Press Forward Ding. So. Wenn wir jetzt losfahren würden. Dann ist da das GPS. Drei. Zwo. Eins. Zack. Auf einmal fängt da an. Und wir fahren eigentlich noch. Vielleicht können wir jetzt. Ihr. Ne. Wir haben schon einen Unfall gebaut. Wahrscheinlich sehen wir uns gleich. Wie wir irgendwo im Abgrund liegen. Oder so. Ne. Naja. Also. Sagen wir zurück zum Editor. Um das zu umgehen. Dass wir plötzlich auf einmal. Ja. Im Graben liegen. Erstellen wir einen neuen Clip. Jetzt wird es so banal. Einfach. Das glaubt ihr gar nicht. Und sagen jetzt einfach. Ja. Wir setzen davor wieder einen Trigger. Quasi. Also das wird quasi schon reichen. Jetzt. Weil das ein leeres Event ist. Ist das so gesehen. Ein. Reset Trigger. Das heißt. Hier wird alles resettet. Weil. Da ist alles auf Standard. Da gibt es dann keine Animation. Keine Texte mehr. Gar. Keine. Äh. Vorgegebene Kamera. Nix. So kann man ja auch ein Looping machen. Da. Weg ist es. Und man kann ganz normal weiterfahren. Ohne Problem. Wenn man fahren kann. So. Ähm. Jetzt gehen wir zurück. Sagen dann. Zum Beispiel. Wir können das ja auch noch verschönern. Indem wir jetzt einfach sagen. Äh. Mit. Äh. 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 GPS. 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 T. Äc. 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 T. W. T. T. So. Mit O. Bitte. Danke. In schwarz. In doppelter Ausführung. So. Hier oben hin. Ach. Keine Ahnung wo das genau war. Dann kann man ja sicher die Position hier kopieren. So. Wenn man es natürlich nicht tut, dann, äh. Ach. Anwählen. So. Über senden. Oh. Auf backen. Hier. So. 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 Und dann haben wir es an der gleichen Stelle. Mit der gleichen Schriftart. Mit der gleichen Größe. Und so weiter. Und dann kommt da halt GPS deactivated. Hier sagen wir dann noch Deckung entfernen. Wenn er es machen würde. Deckung entfernen. Ach. Natürlich. Vorher. Kopieren. So. Deckung entfernen. Dann sieht das Ganze so aus. Speichern würden. So. Jetzt werden wir hier hineinfahren. Fahren wir. Fahren wir. Fahren wir. Und zack. GPS deactivated. Rände. Ja. Und das war es eigentlich schon. Das ist ein ganzes GPS. Also ihr seht. Das ist gar kein Aufwand. Ihr macht ganz schnell Ghost. Am besten finde ich halt die Version mit Press Forward. Weil, äh. Ob ich jetzt drei Sekunden warte oder drei Sekunden nach vorne fahre. Das macht jetzt keinen Unterschied. Außerdem kann man dann noch einen schönen Weg bauen. Wo man dann so schöne Transitions reinpackt. Hm. Ja. So viel dazu. Das war eigentlich schon das gesamte Tutorial. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Und falls ihr weitere Tutorialwünsche habt. Und ich hier gerade einen Unfall baue. Au. 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 Ja. Verabschiede ich mich hier. Und ja. Schickt mir eure Wünsche. Hauen sie.